Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind immer noch bei der Objektorientierung und haben uns heute mal ein ganz spezielles Thema vorgenommen, nämlich die Interfaces. Was sind Interfaces? Wie grenzen wir sie von abstrakten Klassen ab und was kann man damit alles treiben? Zielgruppe sind im wesentlichen Anwendungsentwickler 11., 12. Klasse und wie immer alle Interessierten. Aus den vorigen Videos wissen wir ja, dass wir bei der Objektorientierung Vererbungsstrukturen aufbauen können. Sagen wir, wir haben jetzt hier unser Geo-Objekt wieder und dieses Geo-Objekt hat zwei Kindklassen, Kreis und Quadrat. Und diese Elternklasse haben wir im wesentlichen aus zwei Gründen benötigt. Zum einen wollten wir gemeinsame Eigenschaften und Funktionalitäten nur bei der Elternklasse implementieren, sodass es nicht bei jeder Kindklasse einsetzen wollten. Und das zweite war, dass wenn wir jetzt beispielsweise dieses Kalkfläche und Kalkumfang nur bei den Kindklassen implementieren können, weil nur dort die Information vorliegt, wie man Fläche und Umfang berechnet, ich aber sowohl ein Objekt vom Typ Kreis als auch ein Objekt vom Typ Quadrat in eine Variable vom Typ Geo-Objekt reinlegen möchte, dass ich dann eben hier diese beiden Methoden im Geo-Objekt einfach als abstrakt definieren kann. Und dann kann ich sozusagen beliebige Kindobjekte in die Geo-Objektklasse rein oder in eine Variable der Geo-Objektklasse rein kopieren und dann eben trotzdem die Kalkfläche und Kalkumfangmethoden aufrufen. Das haben wir uns ja mühsam erkauft oder erarbeitet in den letzten Videos. Gehen wir jetzt davon aus, wir haben jetzt die zweite zentrale Klasse, ein Filehändler. Und dieser Filehändler soll jetzt ja einfach unsere Objekte irgendwie aufs File-System spielen. Und gehen wir davon aus, wir möchten jetzt sowohl Kreise als auch Quadrate in diesem Filehändler persistieren auf dem File-System. Und dazu müssen natürlich jetzt die Kreis- und Quadratklassen irgendwie eine Methode bereitstellen, die eben die internen Daten, im Wesentlichen die Eigenschaften der Klassen in ein String-Format umwandeln, sodass der Filehändler das schreiben kann. Und diese Methode könnten wir jetzt theoretisch auch in die Elternklasse reinpacken. Und dann könnten wir in dem Filehändler einfach eine Arraylist von Typ Geo-Objekt hinterlegen. Das heißt, wir hätten jetzt hier irgendeine Methode, die könnte man dann irgendwie nennen, toString oder Stringify oder irgendwie sowas. Und diese Methode würde dann eben bei den Kindklassen implementiert werden. Der Filehändler würde alle Geo-Objekte abklappern und dann entsprechend diese Stringify-Methode aufrufen, kriegt sein String und kann das dann auf dem File-System speichern. Sofern wäre das erstmal eine Lösung. Jetzt kommt aber ein kleines Problem. Und zwar, ich habe jetzt hier eine weitere Klasse, die Preferences. Und die Preferences sollen jetzt gefälligst auch vom Filehändler auf dem File-System gespeichert werden. Aber die Preferences hat eine andere Elternklasse als Kreis und Quadrat. Die Preferences ist keine Kindklasse von Geo-Objekt. Und insofern können wir so nicht weitermachen. Das heißt, das Geo-Objekt kann jetzt keine Variable in dieser Arraylist sein, die der Filehändler abklappert, weil dort kriege ich ja nur Kreis und Quadrat rein. Nicht aber die Preferences. Die Restriktion, die mir Java und auch C-Sharp und andere objektorientierte Programmiersprachen aufbürden, dass ich nur eine Elternklasse habe oder haben darf, die führt genau zu diesem Problem jetzt. Also ich brauche jetzt auf Ebene des Filehändlers irgendein Konstrukt, wo ich Kreise, Quadrate und Preferences reinpacken kann, um dort eben dieses GetString oder Stringify-Methode aufzurufen. Und das geht mit einer Elternklasse nicht. Wir brauchen hier was anderes. Die Lösung für dieses Problem ist eine sogenannte Schnittstelle. Und diese Schnittstelle würde jetzt, würde ich jetzt Writable nennen. Und eine Schnittstelle ist jetzt nichts anderes wie eine Spezifikation, was vorhanden sein muss. Ja, in unserem Fall jetzt GetStringRepresentation oder Stringify, wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, in dem Interface steht nur eine Methodensignatur drin, ohne Rumpf. Also eigentlich genauso wie in einer abstrakten Klasse. Und mehr nicht. Und diese Definition dieser Signatur kann man sich wirklich vorstellen wie so eine Schnittstellenspezifikation für tatsächlich Steckerschnittstellen. Da steht halt drin, was muss denn da sein? Also welche Parameter müssen da sein? Welche Rückgabewerte etc. pp. Das muss da drin stehen. Und jetzt kann ich im FileHandler in meiner ArrayList oder in beliebigen Variablen diese Schnittstelle nutzen. Also diese Schnittstelle, dieses Interface kann jetzt sozusagen als Variablentyp fungieren. Ich habe jetzt hier oben eine ArrayList von Writable, von einer Schnittstelle. Keine Klasse mehr, sondern Schnittstelle. Und das würde bedeuten, ich nutze hier die Schnittstelle. Und in UML würde man das Ganze dann hier mit so einem gestrichelten Pfeil dann eben simulieren oder modellieren. Und jetzt muss ich diese Schnittstelle realisieren, sagt man dazu, oder implementieren. Das wären die korrekten Worte dafür. Das heißt, bei der Preferences-Klasse schreibe ich jetzt eine Methode, die heißt GetStringRepresentation. Und das wäre nichts anderes wie die Umsetzung bei einer abstrakten Klasse, von einer abstrakten Klasse die Erweiterung in den Kindklassen, wo ich dann eine abstrakte Methode implementiere. Also in einem Interface ist es eigentlich genau das Gleiche. Ich implementiere etwas, was mir jetzt in dem Fall nicht die Elternklasse vorschreibt, sondern das Interface. Und das ist in dem Fall jetzt die Methode GetStringRepresentation. Und genauso kann ich jetzt auf der anderen Seite, also bei meiner anderen Familie, sozusagen der Geo-Objekt-Familie, dieses Interface jetzt implementieren. Und ich kann das jetzt bei der Elternklasse machen, wenn ich die Informationen für dieses GetStringRepresentation bei der Elternklasse hätte, könnte ich es da einbauen. Ich kann aber auch sagen, nö, ich mache das abstrakt. Das ist hier eine abstrakte Klasse und diese GetStringRepresentation ist jetzt einfach eine abstrakte Methode. Oder ich kann sie auch einfach weglassen und dann, weil die Geo-Objekt-Klasse ist ja abstrakt, hat sozusagen Kindklassen. Und dann würde ich die Umsetzung dieses Interfaces einfach bei den Kindklassen realisieren. Das heißt, hier würde ich jetzt die Realisierung der geforderten Schnittstelle einbauen. Und dann muss ich das nicht in der abstrakten Elternklasse explizit nochmal hinterlegen. Und das würde man dann eben genau so auch modellieren. Auch vom UML wäre es okay, dass die gestrichelte Linie jetzt zu den Eltern geht, weil sie eben entsprechend abstrakt ist. Dann gucken wir uns den Code dazu mal an. Das Schlüsselwort ist Interface. Okay, Glück gehabt, muss man nichts Neues lernen. Das Interface wird einfach mit Interface benannt. Und das kommt auch in ein eigenes File rein, genauso wie die Klasse. Also in dem Fall unterscheidet es sich nicht. Anstatt Public Class steht jetzt hier Public Interface. Dann kommt der Name, auch Großbuchstaben in Java oder Uppercase. Und ja, das wäre es so im Wesentlichen. Danach kommt die Detaillierung des Interfaces. Hier kommen jetzt quasi zwischen diesen geschweiften Klammern belebe ich viele Methodensignaturen. Und das sind erstmal nur Methodensignaturen. Man kann in Interfaces auch statische Methoden und Konstanten reinpacken. Das hängt jetzt immer davon ab, wie man programmieren will. Es gibt Programmierer, die sagen, das ist kein guter Stil. Andere sagen, hey, da spare ich mir wieder woanders Code. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Fakt ist, es geht. Man kann statische Methoden und Informationen hinterlegen. Was nicht geht, sind irgendwelche nicht statischen Elemente, weil wir Interfaces nicht direkt instanziieren können. Gut, ja, und dann geht es weiter. Was können wir noch oder worauf müssen wir noch achten? Auf jeden Fall mal, dass wir hier keine Zugriffsspezifizierer haben. Und der Grund ist ganz einfach der, dass wir die Interfaces ja darum bauen, weil wir mit externen Klassen interagieren wollen. Und das heißt, es würde jetzt keinen Sinn machen, hier irgendwelche Private Elemente reinzupacken. Das heißt, Interface-Methoden werden immer public implementiert. So, die Klassen wiederum, die ein Interface implementieren, schreiben hier Implements, Writable jetzt rein. Und hier kann ich jetzt beliebig viele Interfaces implementieren. Also ich kann jetzt mit Komma getrennt andere Interfaces hier reinschreiben. Wenn jetzt Implements und ein Interface steht, heißt es nichts anderes, dass die Klasse garantiert, dass die Methoden, die im Interface vorgegeben sind, also in dem Fall jetzt getStringRepresentation, auch wirklich implementiert wurden. Und das würde jetzt hier an der Stelle eben sein. Also hier implementiere ich jetzt diese Methode, indem ich einfach die Signatur 1 zu 1 übernehme und dann einen Rumpf dran packe und die Funktionalität dann einbaue. Und Gleiches gilt jetzt hier bei den anderen Klassen. In dem Fall wäre es jetzt hier das Geo-Objekt oder wir haben ja auch gesagt, das Ganze kann eben abstrakt stattfinden. Und wenn ich eine abstrakte Klasse habe, dann kann die Implementierung eben auch durch die Kinder erfolgen. So, dann schauen wir uns den File-Händler an. Der nutzt jetzt dieses Interface und er sagt jetzt einfach, hier gehe ich jetzt über eine ForEach-Schleife beispielsweise über die ArrayList rüber und in diesem Element, das in dieser ArrayList drin steckt, ist jetzt beispielsweise ein Quadrat-Objekt drin oder ein Kreis-Objekt oder ein Preferences-Objekt. Irgendein Objekt, das dieses Interface tatsächlich implementiert. Und dann kann ich entsprechend auch auf dieses Element zugreifen und zwar genau auf diese Methoden, die in diesem Interface dann auch spezifiziert wurden, weil dieses Quadrat-Objekt beispielsweise hat ja dieses Interface implementiert und das bedeutet dann nichts anderes, es hat die Garantie unterschrieben oder den Vertrag sozusagen unterschrieben, dass eben dieses GetStringRepresentation-Methode implementiert wird und damit kann ich sie auch nutzen. Man kann sich das Ganze wie folgt vorstellen. Die Variable, die wir jetzt hier haben oder das, was in der ArrayList drin steckt, ist jetzt vom Typ Writable. Variablen haben wir gesagt, ist ein Behälter und diese Variable vom Typ Writable bietet jetzt nach außen alle die Methoden an, die in dem Interface drin stecken. In unserem Fall jetzt unser GetStringRepresentation und die Objekte, die wir dort jetzt reinlegen, implementieren jetzt dieses Interface, in dem Fall auch dieses GetStringRepresentation. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Variable so ein Objekt reinlege, kann ich von außen diese Methode bedienen und egal, ob das jetzt ein Kreis oder ein Quadrat oder ein Preferences ist in dieser Kiste, ich kann eins zu eins damit arbeiten, weil alle eben den Vertrag unterschrieben haben, Jo, ich habe diese StringRepresentation-Methode implementiert, also darf ich sie auch von außen entsprechend nutzen. Und das ist ja nichts anderes wie die Struktur, die wir eben gesehen haben bei Elternklassen oder wo wir die Variable vom Typ der Elternklasse haben und innen drin stecken dann die Kind-Objekte. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, nur eben der Unterschied, dass das Interface wirklich nur die Schnittstellen definiert und die Implementierung dann auf den eigentlichen Klassen durchgeführt werden muss. Und ich habe jetzt hier den Vorteil, dass eine Klasse mehr als ein Interface implementieren kann und damit schaffe ich eine Menge Flexibilität. Der letzte Punkt, der für Interfaces noch ganz interessant ist, über den ich sprechen möchte, sind die Anonymen-Klassen aus Interfaces. Nun stellen wir uns folgende Situation vor, wir sind hier im Main-Programm oder in irgendeinem Programm und wir möchten jetzt ein Objekt haben, das einzig und allein die Methoden des Interfaces implementiert und sonst gar nichts. Und dieses Objekt, das kann ich jetzt in eine Variable reinlegen oder direkt als Aufrufparameter einer anderen Methode realisieren, dann kann ich folgendes machen, wenn wir es jetzt beispielsweise direkt in eine Variable reinschreiben würden, dann wäre die Variable vom Typ writable, also dem Interface und jetzt erzeuge ich ein Neu, also New writable, also eigentlich ein neues Interface. Dieses New ist aber ja das Schlüsselwort für die Erzeugung eines Objekts aus einer Klasse. Das heißt, anstatt dem Konstruktor kann ich jetzt hier auch einen Interface-Namen hinterlegen. Und jetzt muss dieses Objekt, weil es eben vom Typ des Interfaces ist, die Methoden des Interfaces implementieren. In unserem Fall ist es nur ein SketchStringRepresentation jetzt in unserem einfachen Beispiel. Und das muss halt jetzt irgendwie ein String zurückrufen oder zurückgeben. Ich nehme jetzt hier mal wieder unser stinknormales Hello World. So, das heißt, ich habe jetzt das Objekt myWriter vom Typ writable realisiert, ohne dass dazu eine wirkliche Klasse existiert. Und hier kann ich jetzt auf dieses Objekt entsprechend zugreifen, halt nur die Methoden, die im Interface drin sind. Und das würde man eine anonyme Klasse oder als anonyme Klasse bezeichnen. Da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, aber hier im Zuge des Interfaces ist das eigentlich auch die am häufigsten genutzte. Wie gesagt, bei GUIs nutzt man das hin und wieder für die Action-Händler. Damit wären wir bei den Interfaces durch. Auch hier gibt es wie immer noch viel mehr zu erzählen, aber das, was wir jetzt hier abgehandelt haben, das sind eigentlich die wichtigsten Themen. Wenn man die drauf hat, dann ist man eigentlich schon ganz gut gerüstet. Ja, also wie immer dranbleiben. Bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zugucken.